Herzlich Willkommen und eure Freunde zurück zu Minecraft Dungeons. Im letzten Part haben wir die Red Storm Minen beschritten und heute geht es in die Feuerschmiedereien. Ich bin gespannt was uns diesmal dort erwartet. Ich habe mich im letzten Part vertan. Die Red Storm Minen waren nicht das schlimmste, sondern das hier ist das schlimmste finde ich. Persönlich persönlich vielleicht auch das schwierigste. Aber hier kriegt man auch viele tolle Kisten. Die wollen es natürlich schnappen werden. Denn hier gibt es auch neue Gegenstände die wir noch nicht haben. So komm Reise nach Feuerschmiede mach mal hier hin. Mach mal hier hin. Ich nehme gerade auch nur auf weil ich sowas von gehypt bin wegen Pokémon. Deswegen ist das eine Vorproduktion Leute. Dass ich mir ein bisschen Zeit erspare tatsächlich vor Aufregung und sowas. Achso elektrisiert hatte ich okay. Okay. Okay okay. Dann wollen wir mal hier reingehen. Oh da sind schon die ersten Gegner. Ha. Kein Problem. Ah Creeper. Kein Problem. Spinnen. Großes großes Problem. Ne Spaß. Also die kleine halten irgendwie mehr aus oder? Manchmal so ab und zu. Ja. Da möchte ich eigentlich ganz gerne hier. Oh Gott. So weg. Weg mit dir. Oh. Oh. Oh 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 oh. Spinny! Oh. Oh. Falsche Taste. Jetzt aber. Und bang. Super. Och komm greif mich ruhig an. Ihr habt doch eh keine Chance. Keine Chance riecht mich. Oh. Bam. Weg mit euch. oh mein gott okay dann muss ich hier einmal hier mit taten mitteln angreifen die machen mir für schaden irgendwas ist da hier weg mit euch so haben wir es glaubt schon ja sie sieht tatsächlich ganz gut aus und ein weg 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 oh mein gott ich habe drei herzen drei herzen drei lebenspunkte danke weiter geht weiter geht jetzt haben wir irgend so einen shallow trank wieso machen die mir alle so einen krassen schaden oder sind das nur diese armen brust typen die mir so einen schaden machen so ich regeneriere mich erstmal aber da kommen schon die ersten und weg mit euch dann machen wir ein bämm oh 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 kurz hier rück hier rück hier zugehen dann können wir hier mal so machen oh ist natürlich cool weg weg mit euch da ist ein creepy nice da oben geht es aber auch noch mal ab hier weg weg mit euch bloß wie bion ah ja wie viel wie viel schaden das machen ist ja richtig cool schaut euch das an ich brauche nur er zu drücken ja und die sind dann weg das ist echt cool aber kommt her ihr emmels wir gehen weiter weiter ich bekomme halt ein bisschen hunger tatsächlich ach das ist ein schalter ne wuhu ich hab was gefunden leute ah ne neue rune cool 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 die haben wir noch nicht so mal schauen das ist schon mal sehr gut hier wurde ich so letztens doch hier irgendwie rausgebackt irgendwo 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 nirgendwo ich glaube wir müssen hierher irgendwo so geht mal weg hier ihr viecher da oh oh ein ambush dankeschön die nehme ich sehr sehr gerne an ja und du auch noch komm super oh ich liebe die lewe leute ich liebe sie ist für mich schon fast die beste waffe im spiel ich kenne noch nicht alle waffen deswegen sage ich nur fast oh der hat aber viel der hält viel aus aber ist natürlich auch kein problem für uns so die spinne ist ja eh easy peasy so weg mit euch uh warte bam cool aber eigentlich hier noch ganz okay gut habe nochmal geschafft da weg weg mit dir danke und ihr könnt auch mal gehen dank Oh, hier haben wir noch eine Dings. Oh, Pfeile. Pfeile sind immer gut. Oh, über 100 Pfeile waren drin. Ist natürlich mega cool. So. Boah, Alter. Was ein schönes Feuerwerk. Was ein schönes Feuerwerk. Oh. Jetzt. Jetzt kommen die schnelleren Gegner. Aber natürlich kein Problem für mich. Denn ich bin ein... Oh Gott. Ja, manchmal Blitzi. Und... Oh Gott. Das hat nicht 100%ig hingehauen. Aber gegen den schaffe ich es. Ja. Pfeile sind einfach... Oh Gott. Das ist noch so ein Fies. Ja, weggepustet. Weggepustet. So, da haben wir irgendwas. Oh Gott. Zum Magier wieder. Ja. Sehr gut. Hexe direkt eliminiert. Äh, äh. Weg hier. Oh Gott. Haben wir auch gut. Gut gelöst, würde ich sagen. Gut gelöst. So, weg. Weg mit dir. Hier machen wir mal eben Blitzi. Oh Gott. Und da ist jemand. So. Bleib mal bitte weg. Danke. Du auch. Alter, der lebt ja immer noch. Irgendwo ist dieses Viech. Wo ist dieser Zauberer da? Da ist er. So. Weg. Weg geblisselt. Ach, da ist noch einer irgendwo. Naja. Naja. Weg mit dir. Danke. Da ist er also. Äh, als ob ich ihn nicht getroffen habe. Okay. Ey. Oh, aua. Er hat mir einen Schaden gemacht. Schade. Alter. Alter. Oh, nerven die mich hier. Aber richtig. Wo ist dieser Scharlatan? Ich weiß es nicht. Ich hab ihn ja nicht gesehen. Oh Gott. Aua. Das hat weh. Das hat weh. Oh, danke. Oh, essen. Essen, essen, essen. Und nochmal essen. Sehr gut. So, weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hier. Blitz. Danke. Blitz. Ach, dein Leben. Kacke. Egal. Weg mit dir. Okay. Haben wir noch einen Apfel. Super. Kann ich jetzt nach diesem Drama hier auch gebrauchen. Wir müssen nach da oben. Wir müssen nach da oben. Nach da oben. Oh. So. Weg mit dir. So. Da ist ein Apfel. Fischchen. Oh. Edgar. Edgar ist da. Cool. Batsch. Da machen wir mal so eben hier. Danke. Und Seenhalter. Interessant. Den brauche ich aber wahrscheinlich eh nicht. Äh. Da müssen wir nicht hin. Oh. Ich habe außerdem den Trank genommen. Das wollte ich nicht. Oh Gott. Da ist ein Pieper. Sorry. Den habe ich natürlich nicht gesehen. Ah. Jetzt sind wir hier. Genau. Oh. Oh. Hier. Bitteschön. Oh. Hier. Warten Sie kurz. Ich muss mal eben. Oh. Ne. Jetzt ist der Typ da im Weg. Oder was? Komm mal her. Hier. So. Oh Gott. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh, den haben wir aber jetzt auch. Sehr gut. Sehr gut. Aua. Das muss ich aktivieren, diese Kerne da, ne? Ja. Okay. Oh, ne. So. Die habe ich hier auf jeden Fall. Oh, mein Rücken juckt. Boah. Hatte ich ja lange nicht mehr. So, ey. Hier kann ich nichts machen. Okay. Silikane. Oh Gott. Okay. Das wird hier wieder ein toller Dungeon werden. Oh. Nicht one hit. Schade. Oh nein. Oh, 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 oh. Aua, aua, aua. Oh. Ups. Nee, hier. Weg. Weg mit euch. Hinter mir ist einer. Sehr gut. Hier können wir auch mal. Oh Gott. Oh, Mann, ey. Oh Gott. Ich bin schon. Ich bin die ganze Zeit hier eingesperrt, Leute. Ist ja schon ein wenig nervig. So wie du. Du bist auch mega nervig. So, danke. Oh. Erstmal hier alles ausradieren. Oh nein. Weg mit dir. Danke. Und dann du. Oh nein. Aua. Ich muss hier. Bruder, ich muss hier ganz, ganz schnell weg. Danke, ey. Oh, 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 oh. Äh. Sehr gut. Oh, nee. Ah. Oh Gott. Oh Gott. Regeneración. Oh, unten in den Saunen, weiter hier oben aber auch. Aua. So. Ey. Puh. Das war, das war echt hart hier schon wieder. Wirklich hart. So, wir müssen aber da unten. Hier runter? Nee. Aber hier. Nee. Geh du mal bitte weg. Danke. So. Oh nein. Lass ich mich lieber von dir auf angreifen, als von anderen Leuten. Wieso, wieso ist er da jetzt eigentlich wieder da? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich sollte mir vielleicht diese Frage auch nicht mehr stellen. So. Hier auch noch bitte. Dann war es das hier zumindest. Ah, hier geht es weiter. Gut. So will ich es sehen. Oh, Pfeile. Pfeile nehme ich immer. Okay. Dann haben wir auch nochmal so ein Ding. Ah, gekriegter Vogel. Das wäre ja was. Okay, da haben wir eine Tür. Eine komme ich hier von hier gut dran. Oh, nee. Vielleicht auch nicht ganz. Oh, jetzt aber. So. Weg. Weg mit euch. Super. Ich mach euch fertig. Ihr habt keine Chance gegen mich. Eine schöne Kiste mit Kettenrüstung, die besser ist. Muss ich gleich mal gucken. Gucken, wie die ist. 70. Boah. Weiter ist rollen. Die ist echt cool. Oh Gott. Was war das? Ich weiß es nicht. Ich würde gerne noch eben verzaubern. Ein erlitten Treffer durch Geschoss. Die Schadenversorgung wird. Kleine Kirche mit Fein hergestellt. Okay. Dann auf jeden Fall hier. Pfeile sind immer super. Schutz verhindert den erlittenen Schaden. Aber komm, das ist auch nie verkehrt. Okay. Die haben wir schon. Wir müssen nach da hinten. Und hier haben wir auch noch einen. So. Und dann war es das, glaube ich, mit denen. Super. Jetzt haben wir hier auch sehr, sehr viele coole Pfeile. So. Weg. Weg mit. Oh Gott. Die Spinnen sind auf jeden Fall hier ein bisschen heftiger. Aber das haben wir auch geschafft. Ah, jetzt sind wir hier in der Bibliothek. Ah. Stimmt. Daran erinnere ich mich noch. Ist ja auch schon wieder ein bisschen her, ne? Drei Wochen? Also ich glaube, so ungefähr drei Wochen ist das, glaube ich, her. So. Weg. Weg mit dir. Danke. Du auch weg. Kommt doch mal hoch. Wieso kommt ihr nicht hoch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss ich hier mal ganz kurz nach hinten. Und weg mit dir. Oh Gott. Und du auch weg. Danke. Aber ich habe mich ein bisschen zu sehr hier drauf verlassen. So. Ihr könnt jetzt auch in die Lava springen. Danke. Ich habe mich zur Wand. Oh Mann. Ich weiß es nicht. Okay. Oh Gott. Okay, okay, okay. So. Okay. Weg mit euch. Damit entschuldigen. Sehr gut. So, dann können wir weitergehen. Können wieder weitergehen. Und hier auch. Oh, cool. Eine neue Rüstung haben wir aber schon. So, weg mit euch. Da eben den Kripa da wegmachen. So, und noch dich. Haben wir den jetzt weggemacht, den Mario? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir den weggemacht haben. Naja. Scheint wohl so. Scheint der Pfeil gewesen zu sein. So, Pfeile sind immer super. 482. Geil. So, hier. Oh. Weg mit euch. Sind wir schon am Ende, oder was? Ui, wo sind wir? Lol. Oh Gott, ist der groß. Oh. Das hat ja überhaupt keinen Schaden gemacht. Naja, dann machen wir erstmal so hier Schaden. Oh, hier. Guck mal hier. Aber. Bitteschön. Bitteschön. Oh, ich liebe das. Mit so vielen Pfeilen hier anzugreifen. Schon cool. Die. Die habe ich gleich. Hihi-hi. Hihi. Oh, am liebsten nicht. Oh gut. Glück gehabt. Oh, die ist leider schlecht an die Rüstung. Schade, aber trotzdem eine coole Rüstung bekommen. Ne, einzigartige. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Stimmt, hier war ja noch ein Kampf. War ja noch nicht vorbei. Hier waren diese 10.000 Dinger hier, ey. So, da habe ich erst mal ein paar weggemacht. Komm, du auch bitte weg, danke. Oh, da bin ich tatsächlich dran gekommen. Und weg. So, du auch. Sehr gut. Sehr gut. So, hier haben wir noch ein paar Emmeros. So, einfach hier nur rauszücken und wegklatschen. Und weitergehen. So, und da ist der Ausgang. Nice. Ach, das war doch gut. Das ging schnell und das war nice. Kriegsmaschinen der Illager sind Geschichte. Das war nice. Ich habe außerdem, ja, sechs Kinder zugenommen. Ich glaube, meine Waage ist kaputt oder die hat mich früher die ganze Zeit verarscht. Ja, die, nee. Also, ich glaube, das muss auf jeden Fall wieder runter, Leute. Das heißt, die Eid. Die Eid steckt an. Oder ich komme jetzt langsam in einem Alter, wo man mehr zunimmt, Leute. Das wäre traurig. Na ja, Leute. Wir sehen uns dann. Ah, warte. Wir machen auch hier eben unsere fünf Stück. Ich möchte immer noch hier Dings haben. Oh, vielleicht ein besseren Stab. Oh, oh, oh. Auf jeden Fall ein besserer Stab. Ist dabei gewesen. 71. Äh. 116. Ja, auf jeden Fall besser. Auf jeden Fall besser. Sehr gut. 1139. 187. Abklingst, Schadenreinanzierung. Was machst du hier? Schadensverringerung. Plus 30 Prozent. Oh, aber du hast viel, viel mehr Verzauberung. Ich behalte dich trotzdem. Na ja, Leute. Na, das war es dann für heute. Wir sehen uns dann demnächst wieder in... Äh... Hochblockhallen. Ich wollte gerade Kochblockhallen sagen, aber Hochblockhallen heißt es. Und bis dann. Euer Kamito. Und ciao.